Moin bei Koch mal schnell! Heute gibt es Hähnchenspieße Asia im Airfryer. Dazu schneiden wir unser Hähnchenbrustfilet zunächst in Würfel, nicht so klein, damit ihr sie spießen könnt später. Man muss so ungefähr diese Größe haben hier. Dann machen wir unsere Marinade, Sesamöl, Sojasauce, ein bisschen Samarulik. Außerdem kommt noch dazu Knoblauchgranulat, Paprikapulver und Salz. Außerdem Zitrone für etwas Säure und jetzt heißt es wieder mischen, mischen, mischen. Wenn wir gemischt haben, wegstellen, 10 Minuten marinieren, das reicht. Zwischenzeitlich machen wir die Frühlingszwiebel, schneiden die in kleine Röhrchen, die brauchen wir hinterher zur Garnitur. Dann machen wir unsere Glasur, Barbecue-Soße, eure Wahl, Sweet Chili-Soße, gleicher Anteil, ein bisschen Sojasauce und auch hier wieder ein bisschen Zitronensaft. Und das heißt wieder mischen, mischen, mischen. So, jetzt können wir auch schon loslegen, wenn wir unsere leckere Glasur hier gemacht haben und stecken unsere Hähnchenspieße vorsichtig. Stecht euch nicht. Also ich habe da vier Stück rausgekriegt. Seht zu, dass ihr so ganze Spieße kriegt, ist ja nichts überhaupt, so sieht das dann aus. Bei mir waren es so wie gesagt vier Stück. Und jetzt geht es auch schon an den Airfryer. 180 Grad, Heißluft 12 Minuten, na vielleicht 15 höchstens. Die sind ja sehr mager, die Spieße, also die werden sehr schnell trocken, macht nicht viel mehr. Und wenn eure Maschine vorgeheizt ist, falls sie vorgeheizt werden muss, dann sprüht den Korb ein mit Öl, sonst bleibt das Hühnchen kleben. Also einsprühen und dann geben wir unsere vier Spieße in den Korb, in den Airfryer-Korb und lassen jetzt erstmal zehn Minuten die Spieße garen. Das reicht auch meistens schon. Und dann bepinsele ich sie, nachdem ich sie einmal umgedreht habe, zwischendurch mit der leckeren Marinade und lasse sie dann nur noch die letzten zwei, drei, na vielleicht vier Minuten noch zu Ende garen. Und fertig sind unsere super leckeren Hähnchenspieße Asia-Style. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Wir sind demnächst bei Kochmarschnell.